Hallo meine Freunde, wir kommen zurück zum nächsten Video und heute ist dann wieder soweit, ich stelle wieder eine Legenden Base vor und wer einfach den Legenden Base möchte, gar kein Problem, einfach unten in der Videobeschreibung. Allerdings wer ein bisschen auch über Base Building lernen möchte, wie man Bases anpasst, wie man Fallen platziert gegen zum Beispiel Drachen und so weiter und so fort, der sollte auf jeden Fall dabei bleiben. Ich würde sagen, das Erste, was wir uns anschauen, sind erstmal der Aufbau der Base, beziehungsweise etwas, was meiner Meinung nach aktuell super, super essentiell ist, weil ich es selber sehr, sehr häufig falsch gemacht habe und seitdem ich das gelernt habe, echt gegen Luft beispielsweise, viel besser verteidigen kann. Und die Frage ist, wann nutzt man Boden, wann nutzt man Luft-X-Bögen? Das Ganze bei dieser Base ist recht interessant, denn aktuell, normalerweise kennt man es immer so, ja, die X-Bögen im Zentrum immer auf Luft, äh, auf Boden, tut mir leid, damit die weitere Reichweite haben, die X-Bögen, die eh weit außen sind, die können dann an sich einfach auf, äh, die können auf Luft beispielsweise. Der Ansatz ist an sich komplett falsch und ich erkläre euch ganz kurz, wieso und ich habe es bei dieser Base selber sehr, sehr häufig am Anfang falsch gemacht, denn was machen denn Luftangreifer hier? Also entweder, sie kommen von hier, wäre zwar eine Luftfähige, aber ich meine, Blitztauber gibt es ja auch, oder sie kommen von einer Flanke. Das Ganze kann natürlich auch gespiegelt werden, ist erstmal für das Beispiel vollkommen egal. Aber so oder so, den meisten Luftangreifer nutzen ihre Wächterfähigkeit früh. Das heißt, wenn zum Beispiel ein X-Bögen sehr weit außen steht, wie hier, wird der auf Luft nichts machen, denn der wird eh überflogen innerhalb von den ersten paar Sekunden und da macht ein Luft-X-Bögen nichts. Das heißt, wenn man eben in eine dieser beiden X-Bögen reingeht und dann Richtung Zentrum, machen die X-Bögen im Zentrum viel, viel mehr aus. Die beiden X-Bögen hier, die kann man viel, viel schwieriger erreichen, vor allem mit dazwischen den beiden Helden, dazwischen jeweils Gebäuden, die viel Leben haben und so weiter. Das heißt, die beiden X-Bögen hier sind viel essentieller. In Zentrum, wenn ein Angriff, also wenn ein Base erfolgreich ist, sterben die Drachen eh aus oder beziehungsweise hinten raus, müssen dann die Helden regeln. König, Königin und eben Royal Champion. Und das heißt, wenn wir hinten raus einen X-Bögen haben, der auf Boden ist, funktioniert das viel besser. Das heißt, dieses Setup an sich, was ich zum Beispiel auch am Anfang häufig falsch gemacht habe, wo ich die inneren X-Bögen auf Boden und die äußeren auf Luft, also genau umgekehrt wie jetzt gerade, klappe häufig nicht so gut. Das nächste ist, ich schaue mal ganz kurz mit Fallen, das nächste ist Riesenboppen und Co. Und natürlich die Tornado-Falle, aktuell super, super wichtig. Allgemein, wenn man sich die Base anschaut, gibt es so ein paar Blizzard-Möglichkeiten. Das heißt, beispielsweise eben hier neben das Rathaus, das heißt, man bekommt Multi-Infernatum und alles Mögliche. Oder hier natürlich, also ist das Ganze mal gespiegelt. Die Base ist ja größtenteils symmetrisch. Ansonsten hier hin und so weiter und so fort. Das sind so die üblichen Blizzard-Sachen, die man hier so machen kann. Und jeweils immer sind Riesenbomben mit dabei. Das heißt, nach Möglichkeit sollte dieser Blizzard verhindert werden und eben nicht durchgehen. Das nächste ist insgesamt natürlich bei Queen-Charges und das machen sehr, sehr viele, die chargen ganz gerne hier einfach mal rein. Und gegen solche Sachen kann man dann wiederum Tesla setzen. Der Tesla hier außen zieht die Truppen immer so ein bisschen nach außen weg, werden wir auch gleich sehen. Lanz Lothar von Watang hat mich beispielsweise angegriffen. Der hat genau diesen Queen-Charge versucht, aber dadurch, dass die Heiler oder dass die Königin außen rumgezogen werden, ja, bleibt der Entfernamentum hier die ganze Zeit stehen. Und das ist natürlich problematisch. Diesen Tesla kriegt man auch ansonsten nicht wirklich weg, wenn man nicht wirklich weiß, dass er da ist. Dementsprechend auch das ein bisschen ärgerlich. Außerdem der allgemeine Aufbau gegen Luft sehr, sehr angenehm. Und hier kommen wir jetzt auch zur Klamo. Falls ihr euch fragt, was solltet ihr in der Klamo reinmachen? In den Angriffen, die ich euch zeigen werde, sind primär Super-Minions mit dabei. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, zwei Super-Minions, zwei von den Raketen-Ballons mit, die Möglichkeit habt, die zu bekommen. Und dazu fünf Bogenschützen. Das funktioniert sehr, sehr gut bei dieser Base. Ansonsten ein Lava-Hund mit drei Bogenschützen, mit zwei Heitern, das klappt sehr, sehr gut. Weil, und dann erkläre ich ganz kurz, was sind die Möglichkeiten für Luft? Und bei Luft, das ist halt bisher aktuell so die Klarburg-Entscheidung, das wichtigste mit, glaube ich, das Gefühl. Und zwar, was sind die Möglichkeiten? Ich habe schon gesagt, entweder von hier oder von hier. Was sind dann jeweils die Helden-Möglichkeiten? Klar, einige könnten jetzt irgendwie, wenn man hier reingeht, jeweils die Helden entweder bei dem oberen Eingang entweder hier lang schicken oder bei dem unteren dann die Helden wie hier lang oder sowas in der Art. Klar kann machen, das machen die wenigsten. Die meisten versuchen mit den Helden den Adler zu bekommen. Das heißt, jedes Mal gehen die in die Reichweite. Und da ist natürlich so ein Lava-Hund, der macht da auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall Spaß, die Helden so richtig schön zu ärgern. Vor allem mit den X-Bogen hier, kommt die nicht wirklich weit. An den X-Bogen kommt die Königin auch nicht ran. Das heißt hier, der Adler sollte nicht so schnell fallen. Das Nächste ist, viele schicken ihre, ich merke gerade hier, die Skelettfallen, die sind nicht ganz richtig. Die müssen nämlich hier hin. Die meisten schicken ihre Helden auch ansonsten hier unten rein. Und da mussten dann sozusagen die Bodenskelette sein. Das heißt, die Helden würden hier sozusagen reinlaufen Richtung Rathaus und das Rathaus bekommen. Während das der Luftpart. Bala, haben wir kurz rausgesoomt. Das heißt, kurz weg. Also die Königin läuft hier rein, der Heldenpart hier oben lang. Das heißt sozusagen, mit den beiden Bodenskeletten hält man die da so ein bisschen auf. Das Nächste, was ganz, ganz witzig ist, einige chargen auch hier unten einfach rein. Mit Hybrid beispielsweise. Hybrid dann einfach außenrum und so weiter und so fort. Das Witzige hier jetzt daran ist, tadaa, rote Minen. Jawohl, die Dinger sind richtig, richtig eklig. Nicht nur, wenn jemand einen Zeppelin von oben, also von einem der beiden Seiten spielt, machen die roten Minen alle Ballons sehr, sehr schnell futsch. Nein, außerdem machen die roten Minen alle heiler futsch. Wenn hier eine Königin zum Beispiel reinchargt. Wenn eine Königin hier reinläuft, sind absolut alle heiler weg. Da kannst du an sich kaum etwas gegen machen. Klar, könnte man jetzt irgendwie einen Testballon auf diese Luftabwehr schicken. Das macht aber so gut wie niemand. Also wirklich, das hat bisher so gut wie, es hat bisher noch so gut wie niemand gemacht. Also das Ganze klappt auch ziemlich gut. Von daher, das sind erstmal so die Basics zu dieser Base, was ich mir dabei gedacht habe beim Bauen. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns einmal an, wie hält die Base denn so? Solltet ihr sie kopieren? Und dabei starten wir bei dem erwähnten Angel von Lanz Lothar. Außerdem seht ihr hier etwas, was ich unheimlich wichtig finde und was ich jedem von euch ans Herz lege. Und das ist, schaut die Wiederholungen an und passt dementsprechend eure Base an. Beispielsweise diese Blimp hier wäre nicht so weit gekommen mit meinen neuesten Änderungen. Die schwarzen Minen sorgen dafür, dass der Zeppelin wesentlich früher aufgeht und dementsprechend hoffentlich noch weniger bekommt. Das nächste Ding, ihr seht hier beispielsweise noch die X-Bögen im Zentrum auf Boden. Also das noch umgedreht. Und das habe ich einfach über die Zeit gemerkt, dass es andersrum wesentlich effektiver ist. Vor allem gegen Luft. Außerdem auch hier seht ihr drei Super Minions. Die Super Minions, Lanz Lothar hat ja auf jeden Fall, ja, Nerven aus Stahl. Also Hut ab, dass er hier die Könige nicht zündet oder sonst irgendwas macht. Also echt heftig. Aber gleichzeitig sehen wir jetzt hier auch gleich, warum ich diesen Tester da hingesetzt habe. Wir sehen jetzt hier, der Mauerbrecher Richtung Multi-Inferno-Turm kommt. Ich weiß gar nicht genau, warum der Voods aber hier so spät kommt. Aber anscheinend ist er ein Mensch, der Risiken mag. Und außerdem seht ihr jetzt, der Tesla zieht eben die Königin um dieses Kompartment drumherum. Das sind Kleinigkeiten, die ihr einfach herausfindet, wenn ihr nach und nach, ja, Angriff auf eure Bases seht. Das heißt, egal wer diese Base kopiert, überlegt euch. Schaut euch an, was die Gegner auf eure Bases machen und passt dann das Ganze an. Jetzt seht ihr hier schon, der Queenshot hat überhaupt gar nichts bekommen. Er geht jetzt hier volles Risiko und geht von oben rein. Ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt ist er nicht wirklich davon ausgegangen, dass seine Königin nicht so weit kommt und doch relativ schnell stirbt. Dementsprechend aktuell hier hat er einiges an Problemen. Nicht nur, wir ändern uns die ganzen roten Minion hier unten, auch noch insgesamt, ja, der König kommt auch nicht so weit und so weiter und so fort. Ihr seht hier außerdem immer noch, hier sind noch keine Bodenskelettfeilen. Die Bodenskelettfeilen hätten den König noch weiter aufgehalten. Stattdessen versucht er mit dem Royal Champ irgendwie das Ganze zu retten, was so gar nicht funktioniert. Ihr seht hier, das Ganze ist eine komplette Katastrophe. Es tut das noch irgendwie zu retten, aber hier die ganzen Luftfläger oben kommt er auch nicht so richtig an. Von daher seht ihr, Queen Charge hier auf jeden Fall wesentlich schwieriger auf die Base, als man es dann vermuten würde. Und ansonsten, der große, große Tipp, den ich euch mitgeben kann und der, glaube ich, dieses Replay auf jeden Fall auch zeigt, ist, passt eure Dörfer an und schaut, was die Gegner so machen. Dadurch habe ich, dadurch wird man einfach ein besserer Basebilder und dadurch habe ich zum Beispiel auch viel bei dieser Basebilder gelernt, wie man sie nach und nach anpasst. Auch hier beispielsweise sehen wir wieder eine etwas ältere Version dieser Base im Vergleich zu dem, was ihr euch vorgestellt habt. Übrigens, falls ihr diese Version besser finden solltet, gar kein Problem, könnt ihr einfach lockerflockig alles wieder zurückändern. Aber hier sehen wir genau das, was ich angesprochen habe. Viele schicken ihren König, ihre Helden oder sowas für den Adler. Und hier habe ich halt eben drei Super Minions. Und ganz ehrlich, die machen hier nicht viel. Wenn hier jetzt aber noch Raketenballons drin sind, ist der König weg innerhalb von Sekunden. Von daher kann ich euch nur empfehlen, zwei Clanbogen. Entweder Lava Hund mit Bogenschützen, mit Headhuntern oder eben Super Minions, dann aber dann mit Raketenballons. Drei Super Minions oder mit Mass Bogenschützen, meiner Meinung nach nicht so stark insgesamt. Aber so oder so sehen wir jetzt hier, dass der König einfach von unten reingeht mit seinen Drachen und so weiter. Einfach aus dem Grund, die Luftfläger zeige halt nach oben. Da gehen nicht wirklich viele gerne rein. Kann man natürlich verstehen. Königin bekommt hier oben auch nicht wirklich den Adler. Und dementsprechend geht es aktuell für ihn von ärgerlich zu noch mehr ärgerlich. Die Tornadofalle häufig so platziert, dass wenn jemand von der rechten Seite angreift, der Zeppelin nicht das Rathaus bekommen kann. In diesem Fall von unten der Zeppelin natürlich macht hier keinen großen Unterschied. So oder so, ja es werden zwei Sterne, aber verdammt niedrige Prozente. Und das ist ja auch mit einer der wichtigsten Sachen bei solchen Dörfern. Von daher, mit diesem Video möchte ich euch nicht nur eine Base teilen, die für mich recht gut gehalten hat, sondern viel, viel mehr möchte ich euch darauf wirklich erinnern und auch irgendwie wirklich, wie soll ich sagen, plädieren an euch, dass wenn ihr Bases kauft, kopiert oder was auch immer damit macht, passt die Dörfer an. Es ist häufig nicht wirklich schwierig, Änderungen vorzunehmen. Schaut einfach, was die Gegner häufig machen und versucht das dann am Ende zu verhindern. Das ist normalerweise so der Weg to go und das macht es so wichtig, Dörfer eben einfach mal in eine Legende reinzuhauen. Nur weil eine Base sofort mit dem ersten Versuch minus 280 oder was weiß ich bekommt, heißt es nicht, dass es eine schlechte Base ist. Es heißt gegebenenfalls einfach nur, dass ihr ein, zwei Sachen anpassen müsst und dann passt's. Vielen, vielen Dank wieder für das heutige Video, dass ihr zugeschaut habt. Wir reden uns morgen wieder zum nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche euch was. Haut rein und natürlich tschüss, tschüss.